hallo und willkommen zu einer neuen folge von karrieremodus stats und entwicklung und ja wir sind jetzt schon in der saison 2019 2020 also zumindest gleich in zwei tagen ich dachte nur diesmal stoppe ich das ganze quasi vor dem ersten juli also seht ihr noch was in der letzten saison geschehen ist und ihr seht hier schon den us 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 der sich hat das ganze hat den zweikampf geliefert hat mit weigel um platz eins in meinem team in der höchsten wertung wer von beiden jetzt führt das sehen wir gleich aber ja da wollte ich nur mal zeigen wie das quasi so am ende einer saison als titel haben wir jetzt hier ihr seht sehr 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 enges rennen diesmal mit den bayern fast dasselbe fast genau das identische torverhältnis vierte punkte mehr weil weniger verloren aber ansonsten unfassbar knappes rennen auch dahinter alles sehr knapp zwar nicht mehr abstand zu bayern und uns aber 59 bis 52 punkte platz 3 bis platz 8 ja nicht so verkehrt braunschweig mit acht punkten weit abgeschlagen abgestiegen leipzig rettet sich gerade so minus 43 torverhältnis für braunschweig ist natürlich auch der absolute wahnsinn wir gucken noch kurz auf die anderen tabellen weil ich glaube das auch mal interessant noch zu gucken also im pokal habe ich drei eins gewinnen können auch gegen den 1. fc kölle hannover schafft es im relegationsspiel zu gewinnen hier habe ich verloren und hier haben die bayern die coppa europa gewonnen gegen tottenham hotspurs das war also der letzte saison und im champions cup habe ich es tatsächlich auch geschafft zwei zu einzig am ende gegen arsenal london knappe kiste aber ja alle drei titel triple ist also geholt das ist natürlich eine feine sache aber euch interessiert natürlich alle viel mehr wie haben sich denn meine spieler dabei entwickelt wie real 4 zu 0 gewonnen die euro league dieses jahr und von daher gucken wir uns das ganze natürlich jetzt an und dann sprühen wir gleich noch mal vor das ist die currently aufstellung von mir diese 343 raute sehr sehr geiles system für den karriere modus zweite mannschaft ist sandi und dann habe ich noch so ein michmasch aus beiden aber das habe ich lange nicht mehr aktualisiert das ist eher so in der pre-season wo ich das benutze so im tor weiterhin rom an bürki einfach weil ich ihn sehr stark finde wenn ich spiele und eigentlich auch zurzeit keine lust haben mir neuen keeper zu kaufen und gerne möglichst viele dortmund spieler noch einfach in dem kader hier habe und deswegen gibt es für mich eigentlich keinen grund irgendwie auf dich her oder konto war oder irgendwen anderen umzusteigen deswegen bleibe ich erstmal noch bei bürki backup ist zurzeit dieser keeper arisa balaga oder so ähnlich der ist glaube ich relativ groß wenn ich mich nicht täusche geht 1 88 ja der ist auf jeden fall mein backup dann habe ich noch einen jugendspieler der natürlich noch nicht zum einsatz kam und noch alex meret als dritten also einer von beiden wird natürlich auf jeden fall gehen vielleicht auch beide keeper ein verkaufen ein ausleihen mal gucken mal gucken dann habe ich serg orje was ich nämlich getan hat nach seit dem letzten update ist mares direkt danach gegangen ich sehr gerne behalten aber ist für über 100 millionen zu real gewechselt und daraufhin habe ich dann glaube ich orje und joe mario zusammen im doppelpack quasi geholt einen offensiver einen defensiveren rechten schienenspieler und von daher nicht so verkehrt orje hat das auch klasse gemacht und 88er wertung ist nicht so verkehrt stenzel der wird in einem monat oder sei es in zwei tagen wird er den verein verlassen ablösefrei in den freien arbeitsmarkt klostermann weiterhin eins meiner backups aber so richtig toll entwickeln tut er sich nicht also könnte man auch eventuell loswerden passlack ja weil wenn man den noch ein bisschen ausleiht vielleicht schafft er es noch über die 80 wäre natürlich toll dann könnte man den auch als auswechselspieler haben dann geht es halt zu der überpowersten abwehr die ist glaube ich so in fifa ungefähr die man so zusammenstehen kann vor allem für so einen karrieremodus wie ich finde zumindest wenn man so drei in verteidiger hat dann geht kaum was an diesen drei vorbei erstens eric bedrombayi ja 88er wertung ich könnte mir vorstellen dass er an der 90 noch kratzen wird dann daneben in der mitte kalidu koulibaly der einfach über krasses in fifa halt und alleine schon durch seine 95er stärke werden 81 schwindigkeit und seiner immensen körpergröße von 1 95 einfach ein prototyp eines innenverteidigers darstellt viel besser geht das nicht und dann auch noch rafael waran der jetzt quasi ganz neu dazu gekommen ist erst im winter für viel viel geld habe ich mir den geholt weil ich mein upgrades für so gratis brauchte weil der leider gottes sich nicht mehr ganz so toll gemacht hat in meinem team ist es jetzt waran und diese drei verteidiger sind natürlich der absolute wahnsinn so wie gesagt so papa als backup ist auf jeden fall immer noch toll immer noch nicht so verkehrt aber er geht eher runter ist dass er sich steigert zurzeit mauricio lemos ist ein weiteres backup ja auch bisher noch nicht mit den chancen die ersten drei verteidiger zu stoßen bänder meine allzweck waffe und dann gehen wir auch schon die offensive linke seite natürlich bei mir rafael guerrero einfach weil ich den typen echt so mega geil finde aber ja wird wohl nicht mehr in die 90er bereich vorstoßen können irgendwann werde ich den ersetzen müssen aber solange ich mit guerrero in dem team spaß habe wieso ihn nicht weiter spielen lassen toll jahren ausgeliehen an ingolstadt entwickelt sich auch nicht so toll wird dann auch wohl bald verkauft eric durm da habe ich den vertrag gerade noch mal verlängert einfach weil ich glaube dass der durchaus als allzweckwaffe noch zu gebrauchen ist im kader und dann seht ihr ist das quasi zum nächsten zeitpunkt das duel weigel gegen dem belay im sinne der wertung zunächst geht es an dem belay der jetzt die 91 grad während weigel nur auf 90 grad herum scheppert aber bei beiden wird noch einiges nach oben gehen mal sehen wie sich das weiter entwickelt dann haben wir ein jugendspieler tom jacobs und einen weiteren jugendspieler christopher hoffmann jacobs wird gehen hoffmann wird bleiben joe mario wie gesagt ein bisschen der maress ersatz nicht ganz so toll und ja auch kein außergewöhnlich guter spieler wie ich finde aber auch einfach ein toller allrounder ein guter kämpfer und einer der gut mit nach hinten arbeitet und das brauche ich in dem system durchaus deswegen ist es mit guerrero und mario auf den außen sehr gut besetzt wie ich finde dann halt usman dem belay und auch jetzt muss ich einfach sagen jetzt fühlt er sich fast besser an als im ultimate team zu diesem zeitpunkt das liegt glaube ich ganz einfach an 99 ballkontrolle 99 dribbling und 99 abschluss weil sein abschluss ist gerade am anfang der im karriere modus nicht so doll aber wenn er auch über 90 geht und 99 ist heute deutlich über 90 nee dann ist sein abschluss wirklich phänomenal gut und es gibt kaum ein spieler mit dem man in karrieremodus viel mehr spaß haben kann deswegen der rechte flügel us überragend 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 miguel merino ist ja so das hidden jam in der karriere der wirklich sehr viel spielt wie ihr auch seht einfach weil er sich toll entwickelt und wirklich klasse sechser achter in so einem team ist wie gesagt eine meiner kauf empfehlung wenn ihr eine karriere habt wohl nicht gerade mit real oder barca spielt aber weiß ich nicht mit jedem anderen kleineren klub wäre mirino wahrscheinlich eine tolle kauf empfehlung gonzalo castro mal sehen wie lange der noch spielt bevor seine karriere beendet burnic wird auch wohl nichts mehr in dieser karriere mit dem dass er durchstartet marco reuss da wird es jetzt auch langsam eng ihr seht schon es geht überall runter ohne eigentlich ein grund weil ordentliche werte scorer werte großartige form mega glücklich ja mal sehen wie lange der sich noch als mein erster linker flügel hält aber solange das geht werde ich ihn dann natürlich auch noch behalten ansonsten steht schon leon bailey bereit dahinter der spielt ja schon eine ganze weile bei uns 99 antritt 99 sprint geschwindigkeit lässt sich auf jeden fall als super sub immer sehr sehr gut benutzen lennart groß jetzt wird nämlich lustig eins zwei drei vier vier jugendspieler meinten lms zu sein die werde ich wahrscheinlich alle los werden weil alle keine tollen stats haben zwar wurde zwar immer gesagt zwar habe ich hier sogar relativ schnelle jetzt schon knapp 80 tempo von jugendspieler ist glaube ich etwas was nicht so viele haben meistens aber ja keiner von denen hat mehr als drei ständes game moves deswegen bezweifle ich dass da viele bei mir im club bleiben pulisic den wie gesagt werde ich eher im hamburg karrieremodus fördern als hier in dieser karriere götze als 10er bei mir gesetzt absolute stammkraft und super immer machte das kovalenko wäre so ein backup zurzeit auch ausgeliehen geil selbes gilt für giovanni locelso oder zell so mal keine ahnung wie der ausgesprochen wird florian dupont einer meiner anderen jugendspieler und das ist der der sich mit her am abstand am besten entwickelt hat 20 jahre jung ordentliche werte schon mal schon auf 74 aber auch nur drei stände es geben muss deswegen ja könnte sich mal irgendwie ins team arbeiten aber dann müsste er noch ein gutes stück steigen und jetzt eine der witzigsten aktionen ist glaube ich bei emmerich obermann der entwickelt sich zwar zum glück zum glück noch nicht nach unten wie reuss aber der hatte wirklich die schlechteste saison die man sich vorstellen kann ihr seht es ja 27 spiele in der bundesliga fünf tore und diese vier von diesen fünf toren waren irgendwie in den letzten sieben spielen oder so er hat daher nichts getroffen ich weiß nicht ich glaube persönlich liegt einfach an der formation dass die meisten tore über die außenspieler fallen aber es ist schon sehr witzig immer dass da immer steht seit zehn spielen hat obermann nicht mehr getroffen da ich die meisten spiele dank dem belay reuss götze und co trotzdem gewinne ist es nicht so schlimm weil ober einfach geiles bleibt dann natürlich im team dann haben wir aber falls es irgendwann doch zu schlimm wird zwei super back ups direkt schon hinten dran iha nacho das wäre so das eins zu eins back up weil er sehr sehr ähnlicher spieler typ ist unser nabry ein etwas anderer spieler typ ja durchaus zwei super back ups die ich da habe emre moore ja der wird wohl eher nichts mehr werden mit dem ober back up aber als super sub ebenfalls wahrscheinlich ab nächste saison wieder mal bei mir im team so dass also dazu habt die teams gesehen ihr gucken uns noch ganz kurz an für dieses video hier finanzen sind halt überragend krass 13,12 millionen budget ähm hätte ich theoretisch noch insgesamt für gehälte alleine meist verkaufte trikots dembelay götz jan mario davor waren es dasselbe dasselbe ja das scheinen so die drei beliebtesten spieler zu sein auch immer ganz interessant zu wissen aber ansonsten gut machen wir mal ein ordentliches transfer budget das ist jetzt nicht so hoch aber allein das gehalt budget ist natürlich schon abartig hoch und von daher können wir uns noch kurz hier angucken geschafft alles geschafft alles geschafft alles alles geschafft und hier waren keine von daher würde ich sagen waren das durchaus sehr sehr gute saison ist bisher wir gucken ganz kurz hier noch rein und sehen dann ein für ein drei ligameisterschaften zwei nationale und der erste internationale pokal war auch diese saison also dabei und von daher glaube ich sind wir auf einem sehr guten weg hier mal 109 millionen zu real gewechselt für 70 gekauft also hat sich definitiv gelohnt so das nächste update dann quasi in einem jahr also virtuell gesehen ne und dann hören wir uns auch nicht beim nächsten video wieder bis dahin leute wir werden nicht vergessen und tschüss